Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Altstadt. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 70 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.500 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020